Der menschliche Körper ist ein erstaunliches Meisterwerk der Technik. Entwickelt in vielen Millionen Jahren Evolution. Seine aufrechte Haltung und sein großes Gehirn ließen den Menschen zu dem Primaten werden, der diesen Planeten regiert. Eine wissenschaftliche Revolution deckte auf, was und wer wir sind. Tief in unserer DNA verborgene Hinweise erklären, wie wir wurden, was wir sind. Die Entschlüsselung unseres genetischen Codes deutet an, wohin wir gehen. Dies ist die großartige Geschichte der menschlichen Evolution. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die Geschichte des Menschen beginnt in Afrika. In den weiten Graslandschaften im Süden lebt bis heute das Volk der Kuisan. Auf den ersten Blick scheinen diese Jäger Ausnahmeathleten zu sein. Dabei sind die meisten ihrer Gene mit unseren identisch. Der menschliche Körper ist ein großartiger Apparat, der in Millionen von Jahren perfektioniert wurde. Die Gene in jedem von uns stammen von unseren Urahnen ab. Von den ersten Menschen, die auf der Erde lebten. Wir haben diese Fähigkeit, auf zwei Beinen zu gehen, und das ist wohl entscheidend. Und diese Fähigkeit entwickelte sich sehr früh in der menschlichen Evolution, bestimmt vor über vier Millionen Jahren. Der aufrechte Gang ist ein Alleinstellungsmerkmal des Menschen. Wenn Wissenschaftler erklären könnten, wie und warum es dazu kam, dann hätten sie ein großes Rätsel in der Evolutionsgeschichte gelöst. Der aufrechte Gang führte zu einer Reihe weiterer genetischer Veränderungen, die unseren Körper und unser Verhalten beeinflussen. Doch wie ermöglichten sie uns, diejenigen zu werden, die heute den Planeten beherrschen? An der japanischen Universität Kyoto erforscht Aishi Hirasaki, wie sich die Fähigkeit, auf zwei Beinen zu laufen, auf die ersten menschlichen Körper ausgewirkt haben könnte. Hierzu untersucht er Makakenaffen, wenn sie auf zwei Beinen stehen und gehen. Mich interessierte, wie der Mensch seinen Bewegungsablauf beim aufrechten Gang verändert. Hierfür benötigte ich ein Tier, das normalerweise auf vier Beinen läuft, aber auch aufrecht auf den Hinterbeinen laufen kann, so wie die Makaken. Normalerweise laufen Makaken im Vierfüßlergang. Wenn sie sich aufrichten, kommt dies der Bewegung unserer frühen Vorfahren sehr nah, dem ersten zweibeinigen Menschenaffen. Mit Hilfe einer Druckmatte ermitteln die Wissenschaftler die Punkte, wo der Affe auftritt. Der Vergleich zeigt, wie sich die Belastung vom Vierfüßler hin zum zweibeinigen Gang verändert. Außerdem musste sich bei den Frühmenschen für den aufrechten Gang noch etwas ändern. Die Hüftmuskulatur musste sich verschieben, um den Oberkörper zu stabilisieren. Schimpansen und andere Primaten haben das nicht, denn sie laufen mit vier Beinen. Für den menschlichen, aufrechten Gang ist diese Muskulatur unerlässlich. Sie stabilisiert den Oberkörper. Zunehmende Mobilität brachte unseren Vorfahren einen gewaltigen Entwicklungsschub. Während der gesamten Erdgeschichte ist unser Planet in ständigem Wandel. Jede Spezies ist durch die unablässigen Veränderungen der Umwelt gezwungen, sich ständig weiterzuentwickeln. Nach dem aufrechten Gang passten sich unsere Vorfahren weiter an das sich ständig wandelnde Umfeld an. Vor 2,8 Millionen Jahren wurde das Klima in Afrika auf einmal kälter und trockener, mit viel Grasland und Lebensraum für Pflanzenfresser. Die Pflanzenfresser breiteten sich vor 2 Millionen Jahren stark aus. Die natürliche Selektion bevorzugte damals gute Läufer für die Jagd. Der Evolutionsbiologe Daniel Lieberman erforscht an der Harvard University, wie unsere Vorfahren zu Läufern wurden. Beim Gluteus Maximus des Schimpansen fällt auf, wie klein er ist. Bei Menschen ist der Gesäßmuskel der größte Muskel. In einem Experiment sieht man, dass der menschliche Rumpf beim Laufen nach vorne kippt. Der Gluteus Maximus hält uns hinten, sonst würden wir nach vorne umfallen. Wie gut unsere Vorfahren tatsächlich laufen konnten, offenbaren fossile Nachweise. Dieses Teilskelett eines Homo erectus ist ungefähr 1,5 Millionen Jahre alt. Das Faszinierende daran sind die vielen Merkmale, die aufzeigen, dass er ein Läufer war. So hat sein Becken eine großflächige Ansatzstelle für den Gluteus Maximus. Und die Anatomie seines Innenohrs verrät uns, dass sein Schädel optimal dafür ausgestattet war, den Aufprall beim Laufen zu spüren, um seinen Kopf dadurch sehr ruhig zu halten. Seine Gelenke waren für seine Gesamtkörpergröße viel zu groß, um damit nur zu gehen. Diese Veränderungen am Skelett haben über viele tausend Jahre hinweg stattgefunden. Im Laufe der Zeit ist so der einzigartige Körper des modernen Menschen entstanden. Tatsächlich sind wir also als Langstrecken- und Ausdauerläufer für die Jagd konzipiert worden. Durch aufrichtes Gehen, Joggen und Rennen kann man effizient lange Strecken bewältigen. Beutetiere ermüden und überhitzen. Sie werden langsamer und fallen irgendwann vor Erschöpfung um. Neuzeitliche Jäger in Afrika vollbringen solche unglaublichen Marathon-Leistungen über lange Distanzen und bei großer Hitze. Genauso wie ihre Vorfahren vor anderthalb Millionen Jahren. Der aufrechte Gang hat viele Vorteile. Die Arme sind frei, um Dinge oder Kinder zu tragen oder um Werkzeuge herzustellen und sie zu benutzen. Ein grundlegendes Merkmal des Menschen und seines großen Gehörts. Die Fähigkeit, jederzeit Feuer zu machen, ermöglichte warme Mahlzeiten und war wichtig für die Gemeinschaft. All diese bedeutenden Veränderungen ergaben sich durch winzige Abweichungen in unseren Genen. Doch erst zu Beginn des 21. Jahrhunderts war es möglich, die genetische Evolution auch zu erklären. Den Grundstein der Evolutionstheorie legte Charles Darwin bereits im 19. Jahrhundert. Darwin sagte, dass sich jede Art immer wieder anpasst und verändert. Er stellte seine Theorie der natürlichen Auslese auf. Survival of the fittest. Das Überleben der Stärksten. Darwin entdeckte, dass manche Individuen eine Art bessere Chancen haben zu überleben und sich fortzupflanzen als andere derselben Art. Geringe Unterschiede verschaffen manchen Individuen einen Vorteil und bessere Überlebenschancen als anderen. Bei unseren Haustierarten ist es genauso. Die Züchter suchen auch nach diesen erwünschten Unterschieden und züchten sie heraus. Dasselbe passierte durch natürliche Auslese bei unseren Vorfahren. Es setzten sich die Eigenschaften durch, die eine größere Überlebenschance versprachen. Darwin begründete seine wissenschaftliche Theorie auf lebenslangen Forschungen und Beobachtungen. Doch er konnte nicht erklären, nach welchen Mechanismen diese Veränderungen ablaufen. Es dauerte weitere 100 Jahre, bis das Rätsel gelöst war. Erst eine bahnbrechende wissenschaftliche Revolution machte dies möglich. Die Entdeckung der DNA. Als wir wussten, wie die DNA aufgebaut ist und funktioniert, wurden auch die Mechanismen der Evolution klar. Das DNA-Molekül beherbergt unseren genetischen Code. Die Doppelhelix der DNA enthält die gesamte Information für das Wachstum und die Entwicklung eines Lebewesens. Kurze Abschnitte in der DNA sind verantwortlich für bestimmte Merkmale, wie Körpergröße, Muskelkraft, Haarfarbe und Fruchtbarkeit. Dies sind unsere Gene und Abweichungen zwischen ihnen sind die Grundlage für Evolution. Die Selektion beruht auf der Tatsache, dass manche Menschen mehr Kinder haben als andere und ihre DNA eher weitergeben. Die natürliche Selektion bevorzugt solche Erbanlagen, die dich gesund und fit machen, um sie möglichst gut weiter an die nächste Generation zu vererben. Abweichungen im Erbgut, die unseren Vorfahren größere Überlebenschancen brachten, wurden bei der natürlichen Auslese häufig begünstigt. Und die sexuelle Fortpflanzung garantiert eine ständige Durchmischung unserer Gene in Milliarden unterschiedlicher Kombinationen. Bei der Zeugung erhält ein Kind die Hälfte seiner DNA von der Mutter und die andere Hälfte vom Vater. Aber noch ein anderer wichtiger Vorgang beeinflusst unsere DNA. Minimale Veränderungen bei der Zellteilung. Mutationen. Jeder lebende Mensch ist ein Mutant. Jede neue Zeugung schafft ein neues Individuum und bewirkt zwischen 35 und 50, manchmal bis zu 100 neue Mutationen im Genom. Jeder trägt diese Veränderungen in sich. Die meisten bleiben völlig unbemerkt. Es gibt aber auch solche, die eine ganz entscheidende Veränderung mit sich bringen. Mutationen sind in der Evolution unverzichtbar. Manchmal kommt es zu vorteilhaften Mutationen, die das Überleben und die Fortpflanzung stärken. Diese Mutationen werden positiv ausgewählt. Die natürliche Auslese erkennt das und fördert dadurch den Fortbestand der Population. Wissenschaftler finden immer neue Zusammenhänge zwischen genetischen Mutationen und der Evolutionsgeschichte. Die Entdeckung der DNA war revolutionär. Und zu Beginn des 21. Jahrhunderts gab es noch einen weiteren Durchbruch für das Verständnis unserer Gene. Wissenschaftler des Humangenom-Projekts verkündeten im Jahr 2003, das menschliche Genom, den Bauplan des menschlichen Körpers, vollständig entschlüsselt zu haben. Unsere Genome haben sich in den letzten sechs Millionen Jahren entwickelt, zu den Menschen, die wir heute sind. Die Fähigkeit, verschiedene Genome vergleichen zu können, hat unser Wissen über die Evolution erneut revolutioniert. Mit der Kartierung des menschlichen Genoms lassen sich heute die Unterschiede in den Erbanlagen von Menschen auf der ganzen Welt benennen. Was die Menschen aus verschiedenen Teilen der Welt unterscheidet, beruht vor allem auf Genveränderungen in den letzten 40.000 Jahren. Um zu verstehen, wie wir uns entwickelt haben, ist es wichtig, DNA aus Gegenwart und Vergangenheit zu vergleichen. Diese Vergleiche zeigen, wie sich unsere Vorfahren langsam über den Erdball ausbreiteten und sich dabei den wechselnden Lebensbedingungen anpassen mussten. Wissenschaftler vergleichen nun das menschliche Genom mit dem unseres engsten Verwandten, dem Schimpansen, auf der Suche nach maßgeblichen Unterschieden. Genau diese Abschnitte im genetischen Code, die sich seit der Abspaltung des Menschen vom Schimpansen am meisten verändert haben, sind die Gene, die das Menschsein prägen. Ein wichtiger genetischer Unterschied betrifft die Haut. An der Pennsylvania State University ist die Haut ein Forschungsschwerpunkt von Nina Jablonski. Um die Gesamtheit des menschlichen Körpers zu verstehen, müssen wir uns die Entwicklung seines größten Organs, der Haut, genauer ansehen. Im Unterschied zu anderen Primaten ist die menschliche Haut fast nackt und sie besitzt die Fähigkeit zu schwitzen. Die genetische Entwicklung der menschlichen Schweißdrüsen machte uns zu überragenden Jägern. Menschen können über lange Distanzen so schnell laufen, dass Tiere die ganze Zeit galoppieren müssen. Der Mensch kühlt seinen Körper während des Laufens durch Schwitzen. Unser ganzer Körper wird feucht und das verdunstende Wasser kühlt uns, sogar auf sehr langen Distanzen und bei großer Hitze. Nicht alle Säugetiere besitzen diese kühlende Fähigkeit. Manche Vierbeiner können sich nicht durch Schwitzen abkühlen. Sie müssen während des Galoppierens hecheln, kühlen sich durch kurze Flachatmen. Nun stoßen bei diesen Tieren aber bei jedem Galoppschritt die Eingeweide an das Zwerchfell, was das Hecheln behindert. Bei der Hetzjagd überhitzt deshalb das Tier und stirbt. Ohne Fell und mit der Fähigkeit zu schwitzen stand für den Menschen der nächste Evolutionsschritt an. Das Abdunkeln der Haut. Den Verlust der Haare musste der Homo sapiens durch eine viel dunklere Pigmentierung der Haut kompensieren. Das dunkle Melanin schützt wie ein Schild vor starkem Sonnenlicht, vor allem vor ultravioletter Strahlung. Denn starkes Sonnenlicht und ultraviolette Strahlung verursachen Schäden in der DNA der Haut. Und diese können, wenn sie nicht ausheilen, zu Hautkrebs führen. Noch heute kann es für Menschen in den heißesten Regionen der Welt lebensbedrohlich sein, wenn sie kein Melanin produzieren können, das für einen dunkleren Hautton sorgt. Einige seltene genetische Mutationen veranschaulichen, wie wichtig die Hautfarbe sein kann. Wenn beide Elternteile eine Mutation auf ihren OCA-Genen tragen, so wird ihr Kind mit Albinismus geboren. Es handelt sich um eine genetische Störung, bei der kein Melanin in den Hautschichten vorkommt. Ohne Melanin ist man vor ultravioletten Strahlen nicht geschützt. Dieser Bereich muss gut geschützt werden. Ein DNA-Schaden der Zellen nach ultravioletter Bestrahlung kann die erste Stufe für Hautkrebs sein. Selbst Sonnenschutzmittel und hautbedeckende Kleidung sind für diese Kinder nicht ausreichend. Ohne die Entwicklung einer dunkleren Hautfarbe hätten unsere Vorfahren die extreme Sonneneinstrahlung in Afrika vielleicht nicht überlebt. Aufgrund veränderter Umweltbedingungen verließen manche der Frühmenschen den afrikanischen Kontinent und zogen nordwärts. Vielleicht waren es klimatische Veränderungen oder sie folgten großen Tierherden, die in andere Gebiete übersiedelten. Im Grunde waren sie einfach ständig auf der Suche nach ihrer nächsten Mahlzeit. Die dunkle Hautfarbe war plötzlich kein Vorteil mehr. Außerhalb starker Sonneneinstrahlung ist eine dunkle Pigmentierung von Nachteil, weil sie zu viel ultraviolettes Licht absorbiert. Der menschliche Körper benötigt aber einen gewissen Anteil UV-Licht, um Vitamin D in der Haut zu bilden. Vitamin D wiederum ist lebenswichtig für Gesundheit und Fortpflanzung. Der Druck, die Pigmentierung anzupassen, war durch die natürliche Auslese sehr hoch. Während die frühen modernen Menschen immer weiter nordwärts zogen, wurde ihre Haut immer heller. Als der Homo sapiens vor 40.000 Jahren in Europa ankam, traf er dort auf eine andere Menschenart, den Neandertaler. Wenn man verstehen will, was den Menschen einzigartig macht, muss man ihn nicht nur mit seinen engsten lebenden Verwandten, den Affen in Afrika, vergleichen, sondern auch mit seinen tatsächlich engsten Verwandten, den Neandertalern. Die Neandertaler hatten in Nordeuropa 200.000 Jahre lang in Höhlen gelebt. Mit der Kälte kamen sie gut klar, aber mit starken Klimaschwankungen konnten sie nicht umgehen. Archäologen glaubten einst, dass die Neandertaler schon vor 35.000 Jahren ausgestorben waren. Doch mit der Kartierung des menschlichen Genoms widerlegten sie diese These. Am Max-Planck-Institut in Leipzig untersucht Zwante Päbo die DNA urzeitlicher Knochen von Neandertalern. Wir arbeiten wie Archäologen nur. Unsere Ausgrabungen finden nicht in Höhlen statt, sondern in unserem Genom. Tatsächlich besitzen alle Menschen, die heute außerhalb des afrikanischen Kontinents leben, ein wenig Neandertaler DNA. Bis zu zwei Prozent ihrer DNA stammt daher. Die Neandertaler vermischten sich mit den Homo sapiens. Babys hatten dann ein Elternteil Neandertaler und ein Elternteil des modernen Menschen. Diese frühe Durchmischung hat bis heute Auswirkungen auf Menschen weltweit. Nun suchen Genetiker nach den Merkmalen der Neandertaler DNA in uns. In Tibet gibt es eine genetische Anpassung für das Leben im Hochland, mit wenig Sauerstoff in der Atemluft. Die Genvariante für diese Anpassungsfähigkeit wurde von asiatischen Verwandten des Neandertalers weitergegeben. Obwohl das Erbgut der Neandertaler viele gute Eigenschaften enthielt, reichte das nicht, um sich gegen die höher entwickelten Fähigkeiten des Homo sapiens durchzusetzen. Der moderne Mensch hatte ein besonderes Verhalten. Was genau ihn überlegen machte, ist uns noch nicht ganz klar, nur dass er sich durchsetzte. Es sind genau diese besonderen Fähigkeiten, die den Homo sapiens zum Herrscher dieses Planeten machten. Die moderne Genetik hilft verstehen, wie wir dazu gekommen sind. So brachte beispielsweise eine Mutation im Erbgutabschnitt, der als AMY1 bekannt ist, einen der wichtigsten kulturellen Umbrüche für unsere Spezies. AMY1 ist für das Speichel-Enzym Amylase verantwortlich, also für die menschliche Fähigkeit, stärkehaltige Lebensmittel bereits im Mund teilweise zu verdauen. Bei uns Menschen gibt es viele Kopien dieses Speichel-Amylase-Gens. Damit können wir Stärke besser verdauen. Es hat sich wohl innerhalb der letzten Millionen Jahre durch die Verwendung von Feuer zum Kochen herausgebildet. Die Essgewohnheiten änderten sich entscheidend, denn es wurden immer mehr stärkerhaltige Lebensmittel gekocht. Für deren Verdauung benötigt der Mensch idealerweise viele Kopien des Speichel-Amylase-Gens. Unser großes Gehirn nahm diese neue Energie in Form von Glucose auf. So verdreifachte unser Gehirn mit der Zeit seine ursprüngliche Größe und benötigte immer mehr Glucose. Wir können diesen Glucosebedarf unseres großen Gehirns zwar auf unterschiedliche Weise decken, aber am besten eignen sich hierzu stärkehaltige Lebensmittel wie Wurzeln und Knollen, die wir kochen und im Mund vorverdauen. Bis vor ungefähr 12.000 Jahren lebten unsere Vorfahren als Jäger und Sammler. Doch mit der Ausbreitung des Gens, das sie Stärke verdauen ließ, konnten sie ihre Essgewohnheiten ändern und für sie zuvor ungenießbare Pflanzen, nun kochen und essen und sogar anbauen. Das war der Beginn des Ackerbaus. Die ersten, die diese Erbanlage gezielt zu nutzen wussten, waren die Menschen in China. Bereits seit mehr als 5000 Jahren wird in Asien Reis angebaut. Und der Reisanbau bietet heute immer noch Anlass für Feste. Für die einheimischen Honigmenschen fängt das neue Jahr im Oktober an und der Neujahrstag wird mit einem überschwänglichen Reisfest gefeiert. Die lange Straßentafel bildet den Höhepunkt der Neujahrsfestlichkeiten. Über anderthalb Kilometer werden mehr als 800 Tische aneinandergereiht. In ganz Asien sorgt eine Ernährung auf der Basis von Reis seit Jahrtausenden für eine gesunde Lebensweise. Der Ausweis dieser Frau besagt, dass sie am 25. Juni 1886 geboren wurde. Der zunehmende Ackerbau führte unmittelbar zu einem Wachstum der Bevölkerung. Ein Hektar Land kann durch den Ackerbau viel mehr Menschen versorgen als ein Hektar Wald. Der Ackerbau bewirkte eine wahre Bevölkerungsexplosion. Der Grund für weltweit 7 Milliarden Menschen heutzutage liegt in der Landwirtschaft. Die AMY1-Mutation, die Stärkeverdauung möglich macht, breitete sich von Asien über die ganze Welt aus. In Teilen Südamerikas macht man sich diese menschliche Fähigkeit heute noch unmittelbar zunutze. Mais bildet im peruanischen Santa Rosa das Grundnahrungsmittel. Hier wird eine einheimische Spezialität zubereitet. Das zuvor geröstete Maismehl wird gekaut und durch das Enzym im Speichel teilweise vorverdaut. Ausgespuckt fermentiert es später zu einem beliebten Getränk, Chicha. Chicha ist Alkohol, der aus Mais gewonnen wird. Wir bieten ihn gerne unseren Gästen an. Chicha wird in ganz Amerika schon seit ca. 5000 Jahren genossen. Seit der Mensch dort anfing Mais zu pflanzen. Etwa zur gleichen Zeit begannen Menschen in aller Welt, Pflanzen als Nahrungsmittel anzubauen. Der Ackerbau garantierte zwar eine regelmäßige, aber nicht unbedingt gesündere Ernährung. Der traditionelle Ackerbau lieferte zunächst eine viel gleichförmigere Ernährung. Die ersten Bauern waren also nicht so gesund wie die ersten Jäger und Sammler. Das ist das Widersprüchliche daran. Die Landwirtschaft machte die Menschen also nicht immer stärker. Angreifende Feinde nutzten diese Schwäche manchmal aus. Viele genetische Mutationen betreffen unsere Fähigkeit, bestimmte Speisen zu verdauen. Was bisweilen sogar den Lauf der Geschichte beeinflusste. Im frühen 13. Jahrhundert besaß die Jin-Dynastie in China die schlagkräftigste Armee der Welt. Die Truppenstärke von Genghis Khan in der benachbarten Mongolei war dagegen verschwindend gering. Allein aufgrund ihrer Armeegröße hätten die chinesischen Jin die angreifenden Mongolen ganz leicht auslöschen können. Genghis Khan hatte in seinem ganzen Land vielleicht gerade einmal eine Million Einwohner und ungefähr 100.000 Soldaten. Dagegen waren es im damaligen China mindestens eine Million Soldaten. Aber die zahlenmäßig unterlegene mongolische Armee besaß eine Geheimwaffe. Verborgen in der DNA eines jeden Soldaten. Viele Menschen in der Mongolei sind unempfindlich gegenüber Laktose, können also viel Milch trinken, die unglaublich nahrhaft ist. Nicht alle Erwachsenen können Milchzucker verdauen. Die meisten Mongolen aber behielten die Fähigkeit, Milchzucker verwerten zu können, auch nach ihrer Kindheit. Der Grund? Eine genetische Mutation. Evolutionsbiologen wie Mark Thomas durchforsten unsere genetische Vergangenheit auf der Suche nach solchen Mutationen. Wir wissen, dass die natürliche Auslese unter unseren Vorfahren bei der Fähigkeit, Laktase zu bilden, extrem war. Wer diese Mutation besaß, hatte einen enormen Überlebensvorteil. Sie ist eine der stärksten Signaturen der natürlichen Auslese, wenn es um eine einzelne Geneigenschaft unseres Genoms geht. Die Milchzucker-Mutation war nur bei den Mongolen verbreitet, nicht aber bei den chinesischen Gin. Die Gin ernährten sich vor allem von Kohlenhydraten. Sie liefern schnell viel Energie, aber nur für kurze Zeit. Genghis Khans Krieger stärkten sich mit Pferdemilch und Käse. Das machte sie zu athletischen Kämpfern mit einem kräftigen Körperbau und Calcium-gestärkten Knochen. Davon profitierte nicht nur jeder einzelne mongolische Krieger. Die Fähigkeit, Milch zu verdauen, kam ihrer gesamten militärischen Strategie zugute. In der chinesischen Armee gab es neben den Reitpferden mindestens genauso viele Lasttiere für den Proviant. Häufig mussten die Soldaten laufen, weil die Tiere zum Ziehen der vielen Lebensmittelkarren gebraucht wurden. Die Mongolen hatten diese Probleme nicht. Jeder mongolische Soldat ritt sein eigenes Pferd. Die Pferde trugen die Soldaten und lieferten ihnen zugleich noch Nahrung. Die Mongolen melkten die Stuten, auf denen sie ritten, und tranken deren Milch. Ein gewaltiger Vorteil. Die mongolische Armee hatte nur 100.000 Mann, doch jeder davon ein Krieger. Die mongolische Armee war nicht nur viel effizienter, sie reiste auch viel schneller. Das war strategisch sehr wichtig. Die Mongolen konnten jederzeit überall das chinesische Reich angreifen. Die Qin-Dynastie wusste nie, in welcher Stadt die Mongolen als nächstes zuschlagen würden. Die Mongolen waren schneller als die chinesischen Nachrichten. Ihre mobile Verpflegung nutzten die Mongolen als strategische Waffe gegen die sesshaften Völker, die von der Landwirtschaft abhängig waren. Milch wurde zum Nahrungsmittel der Eroberer. Das milcheiweißverdaunde Gen verbreitete sich mit ihnen. Der Legende nach hatte Genghis Khan viele Frauen und Hunderte von Nachkommen. Das mongolische Reich repräsentiert auf großartige Weise kulturelles Wachstum sowie körperlich-biologische Überlegenheit in der Weltgeschichte. Andere zahlten dafür den Preis. Bei ihrem Vormarsch nach Europa brachten die milchtrinkenden Mongolen Tod und Zerstörung in vielfacher Hinsicht mit sich. Ihre Nutztiere waren Überträger hoch ansteckender Krankheitserreger. Seit Beginn des Ackerbaus lebten die Menschen in dicht besiedelten Dörfern und Städten. Krankheiten konnten sich hier leicht ausbreiten. Nutztiere zu halten lieferte zwar genügend Protein für die Ernährung, barg aber auch das Risiko von ansteckenden Krankheiten. Wo Tier und Mensch eng beieinander leben, können sich neue Krankheiten ungehindert ausbreiten. Die Nutztierhaltung barg zwei Risiken. Durch sie konnten sich Erreger vom Tier auf den Menschen übertragen und die Viehhaltung ermöglichte erst die notwendige Bevölkerungsdichte, damit sich Krankheiten weit verbreiten konnten. Zu Beginn des 14. Jahrhunderts entwickelte sich in Asien eine tödliche Seuche. Die Pest. Die Pest wurde auch Schwarzer Tod genannt, weil die Betroffenen überall schwarze Hautblasen entwickelten. Die Pest reiste über den ganzen Eurasischen Kontinent. Zusammen mit den mongolischen Kriegern. Die Kuratorin für Knochenkunde am Museum of London, Jelena Bekwalatsch, sucht bei Skeletten nach charakteristischen Hinweisen dieser verheerendsten aller Pandemien der Welt. An diesem männlichen Skelett versuchen wir so viele pathologische Veränderungen wie möglich zu finden, die auf irgendeine Krankheit, Überlastung oder Mangelernährung hindeuten. Die Zähne geben Aufschluss über die Ernährungsgewohnheiten. Der Schwarze Tod erreichte England im Jahr 1348. Damals glaubte man, die Krankheit würde durch Vögel übertragen. Ärzte trugen Vogelmasken, in der Hoffnung, sich vor der Pest zu schützen. Aber nichts konnte die Bewohner Englands vor dem Einmarsch dieser neuen Krankheit schützen. Letztlich löschte der Schwarze Tod ein Drittel der Bevölkerung Europas aus. Bekwalats Studien erklären, warum. Die Menschheit war niemals zuvor dieser Art von Bakterium ausgesetzt. Deshalb hatte der Schwarze Tod solch massive Auswirkungen. Es ging tatsächlich um das Überleben der Stärksten. Die kleinste Anfälligkeit bedeutete den Tod durch diese hochinfektiöse Krankheit. Die Beschwerden treten schlagartig auf und töten zuweilen in einem Tag. Doch die überlebenden Bevölkerungsgruppen gingen gestärkt daraus hervor. Nach jedem Infekt wird unsere Immunabwehr potenziell stärker, sodass jede Folgegeneration eine bessere Immunabwehr besitzt. Die Pest hatte beträchtliche Auswirkungen auf den Verlauf der europäischen Geschichte. Ein weiteres Beispiel für die verheerenden Auswirkungen einer eingeschleppten Krankheit. Ungefähr 100 Kilometer vor der Küste Westafrikas liegen die Kanarischen Inseln. Eine der kleinsten Inseln des Archipels ist La Gomera mit seinen Felsenhügeln. Die rund 21.000 Einwohner besitzen eine verblüffende genetische Vergangenheit. Ein erster Hinweis auf ihre Abstammung ist, ihre außergewöhnliche Art zu kommunizieren. Der Silbu, die Pfeifsprache der Guanchen, hat auf La Gomera wohl deshalb so lange überdauert, weil die Inselbevölkerung jahrhundertelang vom Rest der Welt abgeschnitten war. Diese Isolation hatte ihren Preis. Die Vorfahren der indigenen kanarischen Bevölkerung besaßen eine solide Basis genetischer Variationen. Doch wenn Populationen über lange Zeit abgeschnitten bleiben, kommt es zu einer sogenannten Gendrift, die die genetische Vielfalt reduziert. Wahrscheinlich brachte dieser Mangel an genetischer Vielfalt das Ende für La Gomeras Stammväter, die Guanchen. An diese Krieger erinnern heute nur noch diese Statuen. Um zu erfahren, was mit ihnen geschah, erforschten Wissenschaftler zunächst, woher die Guanchen stammen. Die Guanchen mumifizierten ihre Toten. Als es technisch möglich wurde, DNA aus menschlichen Überresten zu extrahieren, fanden die Anthropologen endlich ein Tor zur Vergangenheit der Guanchen. Wir haben DNA-Studien anhand von Zahn- und Knochenresten durchgeführt. Es zeigte sich, dass die genetischen Marker fast identisch waren mit genetischen Markern aus Nordafrika aus dieser Zeit. Heute ist klar, die Guanchen sind mit den Berbern aus dem nordafrikanischen Maghreb verwandt. Eine lokale Tradition stützt diese These. Der Ursprung des Lucha Canaria, des kanarischen Ringkampfs, liegt wohl in Nordafrika. Die Guanchen brachten diese Sportart auf die Insel. Sie passt perfekt zu der typischen Statur der Guanchen, groß und kräftig. Wie konnten diese robusten Krieger im 15. Jahrhundert auf einmal verschwinden? 1496 endete die Eroberung des Archipeds. Sie ging nicht weiter, weil es im Winter zuvor eine fürchterliche Epidemie gegeben hatte. Man nennt sie die Schlafkrankheit der Guanchen. Aufzeichnungen aus damaliger Zeit belegen, dass Spanier nicht betroffen waren, aber die Guanchen starben zu Tausenden. Deshalb wird angenommen, dass die Spanier dieser Krankheit schon früher ausgesetzt waren. Ihr Immunsystem wurde damit fertig, nicht aber das der Guanchen. Wie die Opfer der Pest, so waren die Guanchen anfällig für diese eingeschleppte Krankheit. Wir wünschen uns also eine möglichst große Varianz bei den Genen. Das macht uns resistenter gegen viele Krankheiten. Auf den Kanaren waren die Bevölkerungsgruppen sehr klein und für lange Zeit isoliert. Das machte sie genetisch verwundbar für Krankheiten. Die spanischen Conquistadores nutzten die Kanaren als Zwischenstopp auf ihrem Weg nach Lateinamerika. Und wie die Mongolen brachten auch diese Eroberer der neuen Welt verheerende Krankheiten mit. Das war erst der Anfang des Schreckens. Auch die Kolonisierung des amerikanischen Kontinents durch die Europäer hatte für die Ureinwohner bittere Folgen. Von Europäern eingeführte Krankheiten töteten fast 90 Prozent der Ureinwohner Amerikas, weil sie einfach keine Abwehr dagegen besaßen. Die Pocken, Masern oder Tuberkulose vernichteten weit mehr Menschen als große Schlachten, wie die am Little Big Horn. Es dauerte einige Jahrhunderte, bis die großen Pioniere der modernen Medizin Wege entdeckten, um Krankheiten wirksam zu bekämpfen. Im Laufe des 20. Jahrhunderts konnte der medizinische Fortschritt unsere Überlebenschancen kontinuierlich erhöhen. Und seit Beginn des neuen Jahrtausends sorgt die molekulare Genetik noch einmal für gewaltige Umbrüche in der Evolution. Erstmals können wir Menschen nicht nur die Entwicklung der Gene verstehen, sondern aktiv ins Erbgut eingreifen. Fortschritt Vielen Dank.